Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du mit Selbstzweifeln in der Oberstufe umgehen solltest. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und wenn du dir für deinen Traumabiturschnitt vielleicht ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt hast, zum Beispiel du sagst, okay, ich will 1,0 Abi machen, ich will 1,3 Abi machen, ich will 1,5 Abi machen oder vielleicht auch 2,0 oder 2,5 oder einfach nur bestehen, was auch immer für dich ambitioniert bedeutet, kann schnell mal dann auch Selbstzweifel auslösen. Es ist eine Thematik, die, glaube ich, auf YouTube allgemein extrem untergeht. Ich habe das Gefühl, es kommt gerade ein bisschen mehr und es ist gut, dass es kommt, weil ich glaube, es kommt gerade deswegen vermehrt auch, weil es einfach ein Riesenproblem ist, über das lange Zeit niemand sprechen wollte. Und es ist super wichtig zu wissen, dass man mit diesem Thema nicht alleine ist. Ich denke, das ist auch eine super gute Möglichkeit, das einfach mal in den Kommentaren mit anderen zu teilen, weil ihr euch untereinander, also ich kann sagen, ihr seid damit nicht alleine, aber bitte kommentiert gerne mal, vor allem, wenn ihr einen anonymen YouTube-Account habt, wie es euch mit Selbstzweifeln geht, wie die sich äußern, woran ihr am ehesten zweifelt, mit was das Ganze vielleicht auch ausgelöst hat, was die anderen raten könnt, die vielleicht auch mit etwas Ähnlichem zu kämpfen haben. Und vielleicht könnt ihr euch auch untereinander connecten, eure Instagram-Accounts unten reinschreiben und euch dann so einfach auch über Instagram finden, vielleicht auch Nummern austauschen und einfach vielleicht auch Freundschaften aufbauen und euch da vielleicht auch gegenseitig helfen, denn Selbstzweifel sind eigentlich eine sehr gemeine Sache, weil eine Sache, die ich auf jeden Fall ganz stark feststellen muss, dass diejenigen, die an sich selbst zweifeln, nicht zwangsläufig die sind, die den größten Grund dazu haben. Das bedeutet, wenn du Selbstzweifel hast, ist es meiner Meinung nach überhaupt kein Indiz dafür, dass du auch zu Recht an dir zweifelst. Ich glaube, es gibt einfach, jetzt sehr pauschal ausgedrückt, zwei Arten von Menschen. Die einen, die einfach über nichts nachdenken und die anderen, die über alles nachdenken. Und bei ist halt seine Vor- und Nachteile. Wenn du nie über Dinge nachdenkst, zu der Kategorie würde ich eher mich zählen, ich meine, ich denke sehr viel über mein Leben nach und so weiter, aber gerade wenn es darum geht, Dinge zu machen, bin ich immer der, der macht erst und denkt dann darüber nach, wo viele andere mal planen, 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 planen und dann machen sie es irgendwann oder halt nicht. Und die Kategorie, die einfach macht, die hat meistens eher weniger Probleme mit Selbstzweifel, einfach weil sie nicht versucht zu evaluieren, ob sie das jetzt schafft oder nicht, sondern die springen halt einfach mal. Und wenn sie dann auf die Schnauze fliegen, dann probieren sie es halt nochmal. Und wenn sie es geschafft haben, dann haben sie es geschafft, wunderbar. Und wenn du zu der anderen Kategorie gehörst, und übrigens ist es natürlich nicht so klar, ja, das ist alles ein Spektrum und jeder befindet sich da irgendwo, ist auch nicht so, dass ich komplett frei von Selbstzweifeln wäre, also absolut im Gegenteil. Aber wenn du für dich merkst, okay, du denkst viel über Dinge nach, du zweifelst einfach auch an dir, dann sei dir bewusst, dass das vollkommen in Ordnung ist, aber dass das eben nichts damit zu tun hat, ob du grundsätzlich in der Lage wärst. Ja, unsere Fähigkeit, unsere Intelligenz, unsere Kompetenz hat nichts damit zu tun, wie wir denken. Deswegen sei dir grundsätzlich erstmal bewusst, dass diese Selbstzweifel kein Ausdruck davon sind, dass du wirklich an dir zweifeln solltest, sondern einfach nur, dass du einfach ein bestimmtes Denkmuster hast. Und so denkst du halt. Aber das hat nichts damit zu tun, was du tun kannst. Und das ist nämlich auch das, was es für mich oft so traurig macht, wenn ich merke, dass eine Person mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat, weil ich einfach merke, da steckt so viel Potenzial in dieser Person. Da kann ich dich ja auch jetzt gerade direkt ansprechen. Es steckt so viel Potenzial in dir. So viel Potenzial. Nur hast du aus irgendeinem Grund das Gefühl, dass du dieses Potenzial nicht abrufen kannst und dass dieses Potenzial, selbst wenn du es abrufst, nicht genug ist. Und die Frage ist natürlich, woher kommt sowas? Und das kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass deine Eltern dir zum Beispiel sehr viel Druck machen. Selbstzweifel sind oft auch ein Resultat von einem bestimmten Erziehungsstil. Wenn du zum Beispiel selten gelobt worden bist oder sowieso grundsätzlich auch immer das, was du getan hast, nie gut genug war. Du hast vielleicht mal eine 3 in Mathe oder du hast eine 4 in Mathe und dann war es total schlimm. Verdammt, ich will dich nochmal Ärger bekommen, wenn ich nicht so eine schlechte Mathearbeit nach Hause bringe. Schrei mir richtig an. Hast du eine 2 geschrieben und deine Eltern waren immer noch nicht zufrieden. Dann fängt man als Kind, als Jugendlicher und auch als Erwachsener dann einfach vom Gehirn her irgendwann an zu realisieren, okay, egal was ich mache, ist einfach nie gut genug. Das heißt, es kann gar nicht sein, dass ich irgendwas erreiche, was mal gut genug ist. Und deswegen muss es an mir liegen und dann zweifle ich an mir. Es kann natürlich auch an einfach vergangenen Erfahrungen verknüpft sein. Das heißt, wenn du zum Beispiel, bleiben wir bei Mathe, weil bei Mathe ist das ganz, ganz oft so, wenn du das Gefühl hast, okay, ich will richtig gut in der Schule sein, aber einfach Mathe kann ich nicht. Und du kommst zu dieser Überzeugung dadurch, dass du einfach mal eine schlechte Note bekommen hast in Mathe, dann sagst du dir vielleicht, okay, ich will jetzt einfach besser werden in Mathe und du hast versucht und versucht, du hast so viel gelernt und so viel gelernt, und deine Noten haben sich nicht wirklich oder nur ganz leicht verändert. Und daraus resultiert dann für dich so, okay, egal wie viel ich für Mathe mache, ich check's einfach nicht und dann ist für dich irgendwann so klar, okay, ich kann vielleicht in anderen Fächern gut sein, aber zum Beispiel Mathe nicht. Und dann ist das für dich vollkommen logisch und du hinterfragst nie, hinterfragst, hinterfragst nie, warum das so ist. und ganz, ganz oft ist genau dieser Glaubenssatz, genau dieser Selbstzweifel in Mathe der Grund, warum du nie besser wirst, weil du im Vorhinein schon davon ausgehst, dass es nicht besser wird. Natürlich kann es zum Beispiel auch an der Lernstrategie liegen. Ja, wenn du zum Beispiel Mathe immer die ganze Zeit Dinge auswendig lernst, dann wirst du niemals in der Lage sein, gerade in der Oberstufe, die komplexeren Anwendungsaufgaben richtig zu lösen. Es wird nicht funktionieren und dann kannst du so viel Zeit und Energie reinstecken, wie du möchtest und dann hat das auch nichts damit zu tun, dass du dumm bist oder so oder weniger Intelligenz besäßt als die anderen, sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass die Art und Weise, wie du Energie in dieses Fach reinsteckst, nicht die Art und Weise ist, wie du dann am Ende auch ein Resultat rausbekommst. Deswegen sei dir auch da bewusst, nur weil in der Vergangenheit es scheinbar nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass es nicht auch einen anderen Weg gibt, wie du besser werden kannst. Ja, das haben wir ganz, ganz oft bei unserem Coaching. Leute kommen zu uns ins Coaching, ins Traumambitur-Coaching, haben irgendwie ein Problem mit irgendeinem Fach und denken einfach, dass sie als Personen grundsätzlich nicht dieses Fach können. Und dann bespreche ich mit ihnen durch, was ihr Prozess ist, wie sie an das Fach rangehen und dann merke ich ja, okay, an der einen Stelle da hakt es halt. Ja, zum Beispiel die Person lernt in Mathe immer die Formel nur auswendig, versucht aber nie genug Aufgabe zu machen. Dann lösen wir das, die Person fängt an Aufgaben zu machen, auf einmal ist sie gute Mathe. Ja, hat die Person selbst nie geglaubt, aber dann passiert es einfach. Deswegen, wenn du da merkst, okay, hey, irgendwie glaube ich, habe ich da jetzt so eine Blockade, geh gerne unter diesem Video einfach in den ersten Link in der YouTube-Beschreibung, bewerb dich auf unser Coaching. Da können wir auf jeden Fall mal telefonieren und schauen, wie wir dir da weiterhelfen. Aber auch andere Sachen können ja Grund von Selbstzweifel sein. Zum Beispiel, wenn du auch irgendwie das Gefühl hast, deine Freunde sind einfach immer besser. Ja, wenn du diesen einen Freund, diese eine Freundin hast, die einfach immer eine bessere Note hat. Egal was. Kennst du das so? Eine Person schreibt in einem Fach immer Zweier und du schreibst immer Dreier und wenn du einmal in Zweier schreibst, schreibst du sie in Eins. Wo du denkst, das kann ja nicht sein. Und du hast immer das Gefühl, dass du einfach immer ein Ticken unter dieser Person bist. Und da kommen die Selbstzweifel einfach aus dem Vergleich. Kann zum Beispiel auch sehr stark zwischen Bruder und Schwester sein oder Bruder und Bruder und Schwester und Schwester, Geschwister eben. Das bedeutet, versuch da, wenn du zum Beispiel merkst, ah, ich glaube, nachher kommt mein Selbstzweifel. Versuch da mal diesen Vergleich rauszunehmen. Was hat denn die Note deiner Freundin, deines Freundes, deines Bruders, deiner Schwester irgendwas mit dir zu tun? Ja, spielt doch überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist, welche Note du bekommst. Und deswegen, versuch die Ursache, das sind eigentlich die zwei Sachen, die du in Bezug auf Selbstzweifel machen kannst. Es gibt bestimmt noch weitere Ursachen, können vielleicht auch bei dir unterschiedlich sein, aber es waren einfach mal ein paar Anregungen. Das heißt, ich überlege mal wirklich, woher kommen meine Selbstzweifel? Warum zweifle ich überhaupt an mir? Das sind jetzt eben die zwei Schritte, die jetzt abschließend hier zu gehen haben. Erstens, identifiziert die Ursache und versucht sie aufzulösen. Das heißt, wenn du merkst, okay, vielleicht habe ich eine falsche Lernstrategie, komm zu uns, Coaching. Wenn du merkst, deine Eltern geben dir einfach immer das Gefühl, dass egal, was du machst, ist es nicht gut genug, sprech mal mit deinen Eltern. Sprech das ehrlich an, ohne ihnen Vorwurf zu machen, sondern mach dich einfach nur aufmerksam darauf, was es bei dir im Kopf irgendwie auch macht. Ja, oder wenn du merkst, okay, ich vergleiche mich die ganze Zeit mit einer anderen Person, dann hör auf, dich zu vergleichen. Das heißt, such die Ursache und löse die und gleichzeitig, weil man manchmal nicht immer die Ursache komplett lösen kann, selbst wenn du sie vollkommen lösen kannst, werden deine Gedanken immer noch ein bisschen in der Art und Weise funktionieren. Versuch zu realisieren, dass es immer nur Gedanken sind. Du kannst mit allen Fähigkeiten der Welt für die morgige Prüfung abends in deinem Bett sitzen und trotzdem an dir zweifeln. Ja, du kannst Lionel Messi sein und du kannst trotzdem an dir zweifeln. Es ist möglich. Der einzige Grund, warum Lionel Messi nicht an sich zweifelt, ist, weil er so oft für sich selbst bewiesen hat, dass er es kann. Aber rein theoretisch gibt es keinen Grund, warum das Gehirn von Lionel Messi trotz all seiner Fähigkeiten nicht an sich zweifeln sollte. Ja, das heißt, sei dir bewusst, dass die Zweifel nichts damit zu tun haben, ob du es wirklich kannst oder nicht, sondern einfach nur ein Denkmuster von dir. Und da hilft dir eine Meditation zum Beispiel auch sehr stark. ich kann es nur sagen, fangt an zu meditieren, Leute. Wirklich, das ist meine Number One Message. Meditiert, 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 meditiert. Weil dann schaffst du es zu erkennen, wow, das ist nur ein Gedanke, aber ich bin nicht mein Gedanke. Mein Gehirn kann mir die ganze Zeit erzählen, dass ich nicht gut genug bin, aber es bedeutet nicht, dass ich nicht gut genug bin. Ich kann die ganze Zeit das Gefühl haben, oh, ich schaffe die Prüfung eh nicht, aber das ist kein Grund, kein Beweis und kein Argument dafür, dass ich die Prüfung morgen nicht schaffe. Und dann, und das ist das Allerwichtigste hier im Endeffekt, verstehe, dass du an dir zweifeln kannst und gleichzeitig an dich glauben kannst. Ich nehme mir manchmal Dinge vor, die traue ich mir selbst nicht zu, aber gleichzeitig glaube ich daran, dass ich es schaffen kann. Das heißt, erkennt und akzeptiert, dass Zweifel und Glaube koexistieren können. Und manchmal kriegst du die Zweifel nicht komplett weg und das ist vollkommen normal. Was dann wichtig ist, ist, dass du noch stärker an dich glaubst. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.